Ich musste eben was erledigen. Ich geh mir eben eine rauchen und dann können wir auf jeden Fall zocken. Können wir auf jeden Fall zocken. Aber auf jeden Fall zocke ich jetzt gleich, damit ihr auch Bescheid wisst. Zocke ich jetzt gleich wieder mit die zwei Honeys und Secret auf jeden Fall, Leute. Aber ich rauche mir erstmal eine und dann können wir zocken. Damit ihr Bescheid wisst. Und ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall gleich alle wieder am Stizzle, Mizzle, Stizzle, Stizzle. Seid alle auf jeden Fall am Stizzle. Auf Ere. Baby, das ist unfertig. Ich... Ich... Ich muss diesen Weg geh, egal wo. Ich baue meine Hand, tut so weh, Leute. Ich... 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 Ich hab mit den Jungs jetzt noch zwei Runden und dann spielt erstmal Alex, Eddie, ach Alex sag ich, Bruder, Alessio, Eddie und Humam, weil der Nivius ja rausgeht, Lost Paradise Palms Leute, achso da bin ich wieder, ok Bruder, jetzt hab ich verstanden, wie viele Runden noch, ich seh die Leute nicht, ich hab jetzt 160 Euro, was jetzt hab ich, ja Bruder, das ist immer das Nerf, ja Bruder YouTube, ich weiß, sowas nervt wirklich, das ist ein Faktor, Ich kenne sowas, Bruder, ich kenne sowas noch so gut Ich hab schon mal zwei, nein, ich hatte zwei und bin verreckt Ja Kann jemand kommen? Bruder, du musst eben ganz kurz nur warten, ich hab keine Pump, weil ohne Pump, Katastrophe Ja, ich hab ne goldene Pump Ja, kann ich das tun? Ja, dann los Bruder, warum kommen die alle ne Techniker? Ja, Bruder, können wir noch reden, Bruder Das ist nicht das Problem Oha, was ist los mit euch? Ja, die finden alle ne Techniker und man findet nur ne Scheißverschintel, oder? Ja, aber ich finde auch keine Techniker, oder? Richtig rotz irgendwie Die fahren bis zur selten, oder? Das wird dir zu schwer Das wird dir zu schwer Das wird dir zu schwer, alter Ey, bei mir heißt du Z10 Ibrahimovic Komm mal da runter, oh mein Gott, alter Ja Ja, okay, tot Ja, okay, tot Wer ist denn der Stink hier? Hattet Jungs Hinter dem Oh mein Gott Ja, Bruder, du bist der größte Marathon Ich weiß Ibrahimovic, alter, hat mich gekickt Komm Leute, noch 6 Abos, dann habe ich wenigstens die 1180 geknackt auf Ehre Würde mich auf jeden Fall freuen Ich habe schon meinen ganzen Account Abonniert Nice Nice, nice, nice Erstmal Essen an IT lecker, ja Wie gesagt Jungs, das ist die letzte Runde, ne? Naja Ja Boah, mein Handgelenk tut irgendwie voll weh, also Marco, wer kommt danach? Wer kommt danach? Danach ist auf jeden Fall Humam, Eddie und Alessio dran Zelda, wie geht's dir, alles wird? Ja 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 Dankeschön, ganz gut, ich danke dir auf jeden Fall, lass Pleasant bitte kommen, lass doch safe jetzt auf jeden Fall richtig reinschwitzen. Also ich bin wahrscheinlich jetzt sowieso, ich weiß, was, ich weiß, warum, ja, ja, ach, grüne Pistik. Jungs ich hoffe ich finde ne Waffe weil bei mir siehts auf jeden Fall schwierig aus. Und bei mir siehts wirklich schwierig aus, ich bin in diesem Haus reingegangen. Ah ah ne Kiste, komm 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 was heißt. Goldene Igel. Nice. Boah wenn jemand jetzt hier rein kommt der tanzt ohne Ende. Der wird nie wieder aufhören zu tanzen. Komm hier rein, kommt hier rein. Ey komm der ist Wunschot, holt ihn. Einer baut mich ein und rühst mich schnell. Kommt her bitte. Zieh durch. Einer muss Deckung geben. Pass auf hinter dir. Hinter dir. Der ist lost, der ist lost, der check gar nix. Oh mein Gott wie ich da flessgegangen bin. Toni gehts für dich noch? Oli hat's noch ein Mini für Melch oder? Nice. Sorry für sie abstimmen. Nein, alles gut, alles gut, Bruder. Ich bräuchte Heilung. Ich hab leider nix, Bruder sonst hätte ich die mit Herz und Seele und Schweiß gegeben, Bruder. Schamperter haben wir auch auf dem Face. Wir haben eine Akoi. Eigentlich möchte ich mich jetzt verrecken lassen und dann mit dem Bus gewiss werden 100 AP und 100 Bommels. Ah nicht, dass dein Gegner kommt. Wenn guckt er rauf. Ich hab nen Biggie für dich. Oh ja. Und Minis natürlich. Minis hab ich auch noch für dich. STC Honey und Sun Honey. Kommt hier, alles liegt hier. Biggie und Minis. Ver sorge, erst die anderen beiden hier. Ich hab Madcatch. Kommt hier hin, Jungs. Ich hab das da oben liegen gelassen. Alles oben, auf diesem Haus, auf dem Dab. Hier ist noch Madcatch. Mit Madcatch. Mit Madcatch. Oh nice. Wie gesagt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like, da würde ich mich empfehlen. Ey, warte nicht drücken, lauf. Ich hab noch nen Mini. Ey, Jungs. Ich hab für euch hier noch nen Slurp für jemanden. Oh ja. Warte. Ich hab nen Big Nis. Hat ihr mal Verbänder? Hat ihr mal Verbänder? Ja. Da, hier unten liegt auf jeden Fall Dings, wie gesagt. Ich hab nen Big Nis, weil dann kann ich die Slurp für dich sagen. Ist so, ja, stimmt. Komm her. Komm her. Ja, ich hab mich nicht. Nie hab's. Komm her. Ich hab ja Stein mitge pagesen. Das ist hier nicht. Ja, das ist hier nicht. haben wir beide haben schon gemacht was ich aber ich glaube da richtig doch schon mal hier gesehen aber wir haben kein abo gegen abo gemacht der junge ist es so schwer eine technik oder so zu finden ich habe eine blaue da hätten ist glaube ich noch eine gelegen aus der jüngers hat es gut genommen könnten hierher kommen dass wir alle ein bisschen beiseinander bleiben ja die kommen mir sogar her also die fliegen lieber toni was denke ich was mache ich da bei dir ja alles gut kein problem ich habe den extra runter geschossen mit ihr zusammen damit kann ich dann nächstes mal wieder mitmachen wenn die anderen drei fertig waren also die spieße nach der runde dann mit anderen drei kann ich dann dann auch nach ihnen wieder mitmachen ja dann bleibe ich ja weil ich noch im stream aktiv dann komme ich dann lassen gegen das gegenseitig wie viel akkons hast du krisi es ist ja nicht schlimm wir sind in der zone Da ist jemand gerückt, achso Was machst du drauf? Jemand war das von uns? Ich auch Na mit Hoverbutt aus Versehen rein Ah, Bruder ist auch nicht gut Das kann nicht passieren Creasy Spams, wieviel Akkons hast du, Bruder? Ich lass ja auf dieser Station Ja, ich will mir nur irgendwie lernen Oh mein, von wo? Von wo? Ich weiß, wo Ja, wo war die Oben? Ja, ich will mich jetzt finishen Kleine Spassi, Alter Wenn ich den Ausgleich finde, schreibe ich mir Ey Toni, wir müssen Gegner, ich komm mit äh Ding, Granate zu dir Komm, lass dir helfen, lass dir helfen Komm, lass dir helfen, lass dir helfen Lass dir helfen, ne? Mal hinter uns Ja, ich weiß schon Ja, dann müssen wir die jetzt holen Die sind auch nur noch zu zweit Ja, gut, komm Uh, einer hat übsten Laser bekommen Oh, einer hat zwei Fünfziger, bekommt zwei Fünfziger Ja, komm, komm, komm Du, Oli Hm? Ich bleib mich von rechts an Ich bleib mich von rechts an Nein, ich muss jetzt erstmal zu den Beinen, bevor die Beinen sterben Oh, der hat zwei 33er, bekommt der hier vorne Oh, der hat zwei 33er, bekommt der hier vorne Ich hab, ich und Toni regeln There is one shot Hier kommt noch einer Ja Nein, der hat mich Der hat mich, Bruder, was ist das für eine Kacke, Dicke Was? Füße die Spam für zwei Habe, mit vier Accounts Aber ohne die Habe Füße die Spam Ich frag dich nochmal Vier Accounts hast du? Oh mein Goooood Bruder, ich hab jetzt gerade so schlecht gespielt Oh mein Goooood Was hilft der? Gleich kommt Eule Hier kriegste Pass auf, Bruder Von rechts ist einer Von rechts, von rechts, alte Geist Ach so, der ist mit Geist abkommen, okay Ja, Digga, was soll ich machen? Hab das gesehen? Oh mein Ab sieben, glaub ich Ab sieben, glaub ich Äh, CZ Spam, wenn du sieben hast Dann lass äh, vier gegen vier machen Dann lass äh, vier gegen vier machen Dann lass mir, also beziehungsweise Warte Ja, dann lass vier gegen vier machen, Bruder Dann lass vier gegen vier machen Dann lass vier gegen vier machen Mit vier mal abonnieren, vier mal äh, liken Dann kriegst du natürlich auch vier mal Abo und vier likes Nein Bruder, kommst du nicht zu? Alter, hast du noch ein 5 gesehen, mir kurz? Ja, Bruder, dann fang an, lass mir vier Abos da und vier likes Dann kriegst du auch vier Abos und vier likes auf Ehre zurück Tschüss Toni Und die anderen aus Wie gesagt, Leute, ähm, Dings, wie heißt das? Wir können auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch on sein später Dann können wir auf jeden Fall dann noch mal zocken Ich bleibe aber noch aktiv Ja, okay, Bruder, nice, freut mich dann Okay, dann haut rein, ja? Ich komm später nochmal Ich geh jetzt nach vorne, ja? Ja, bis später Okay, Bruder Ciao Ciao Dann wollte Eddie Dann wollte Humam Humam einladen Marius, wenn, dann kann ich erst später mit dir spielen, weil ich hab abonniert Cheesy, ich guck, ob du mich abonniert hast mit vier Stück Wenn du mich abonniert hast, Bruder, kriegst du auf jeden Fall vier zurück Ehre, Bruder, du hast gemacht, jetzt kriegst du natürlich vier zurück Mal ein Wort, ein Mann, ein Wort Hier, Bruder So, einen hast du schonmal, plus Aber du hast keine Videos, ne, Bruder? Ne, du hast keine Videos Aber trotzdem nicht schlimm, Bruder So Jetzt Wartet ganz kurz Jetzt, Bruder, geh ich auf das nächste, Bro, damit du Bescheid weißt Jetzt hast du zweite, Bruder Jetzt, warte Jetzt Jetzt kriegst du Dein drittes Hä, Bruder, bei mir steht, dass du keine Videos hast, Bruder Wenn ja, sag mal, wo steht das dann, wenn du Videos hast, dann Like ich natürlich auch deine Videos, Bruder Und jetzt kriegst du noch dein viertes Äh, Toni Ja, Bruder Gibt's, äh, 5, äh, 5, äh, basic Karten? Also Ah, doch, der hat Video da, Bruder Vor einem Monat dieses Video Ah, Bruder, jetzt Dann like ich dir jetzt schnell noch deine Videos So Ein Like schon auf das Video Vier Abos hast du auf jeden Fall schon Mhm So, warte Jetzt krieg, like ich dir natürlich auch Warte, warte, ganz kurz, Jungs Jetzt, jetzt Mach ich natürlich auch auf ihre Deine Dinger voll, Bruder Wie gesagt, hab ich dir versprochen Mhm 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 So, und jetzt geh ich auch auf dein Video Oh, ey, werd dies piepen Ähm, Chaos Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, Mann, Alter So, warte, Bruder So, warte, Bruder Noch ein Like kriegst du auf jeden Fall Dann hab ich dann die vier auch, wie gesagt, gehalten Damit du Bescheid weißt mal nicht So, jetzt geh ich auf das Video Warte Da drauf Auf dein, komm Na So, Bruder, wie gesagt, aber mach keine D-Abos Was, falls du D-Abos machst Ich mach mir gerne die Mühe Und die abonniere dich dann natürlich So, Bruder, jetzt hast du deine vier Likes auch bekommen, Bruder So Hallo, mein Name ist Theo Bottländer Ehre, wie gesagt, Bruder Aber wenn du D-Abos machst Dann musst du dich natürlich dann auch De-abonnieren, deswegen Ich denk mal, Ehre, man habe Glocke aktiv Ehre, Bruder Ich hab dich auch mit meinem Hauptaccount Hab ich auf jeden Fall Warte, ich komm jetzt und mach Glocke mit meinem Hauptaccount, Bruder So, ich hab jetzt Glocke mit Hauptaccount gemacht, Bruder Damit du Bescheid weißt Damit du Bescheid weißt Oder PC lauter Aaaaaaah Chaos Dings Toto Al Was mit dem Mikrofon, Alter Richtig der Schnurr Schnurr Ey, Dings, Toni, ne Mein Papa mag Kettenraucher Er hat pro Tag zwei Schachteln 48 Packen Da waren 48 Zigaretten drin, ne Und er hat seit einem Jahr auf E-Sigarette gewechselt mit 6 Nikotin Okay Toni, gibst du eine weiße Karte? Weiß ich nicht, Bruder, ob das gibt's? Ich will diesen Skill kaufen Wollen wir Spielzeit oder wollen wir Party? Komm, Leute, noch ein Abo, dann habe ich die 1180 geknackt Lyrics Meister, was geht? Alles hit bei dir, Bruder Was geht, Lyrics Meister? Lyrics Meister, falsche Fokus Lyrics Meister Lyrics Meister, falls du Bock hast auf Abo gegen Abo, lass mir auf Ere ein Abo da und du kriegst auf Ere ein Abo zurück Go Wie gesagt, dann lass auf Ere ein Abo da und du kriegst auf Ere ein Abo zurück Leute 1180 Abo Ehre Leute, ich danke jeden Einzelnen, wie gesagt Wollen sie doch immer noch so schlimm? Lyrics Meister, falls du Bock hast auf Ere ein Abo Lyrics Meister Ich habe abonniert, Ehre, Bruder Du kriegst jetzt auch ein Abo zurück, Bruder Ich danke dir auf jeden Fall Hab dich jetzt auch abonniert Nice Sache, Bruder Nein Danke auf jeden Fall Und wenn ihr Bock habt, liked auch gerne den Stream Und wenn ihr Bock habt, unterstützt auch gerne und gebt auch gerne meinen Creator Code ein Würde mich auf jeden Fall auch freuen, Leute wie man was geht ab oder wie man falls auf abo ging aber dass wir dann aber dann du kriegst auf ihren abo zurück oder würde mich auf jeden fall freu es geht solche sagen was machen muss solche sagen was machen muss du musst dir man bewerbungs video kommt in so hier ist die grüne technik wird ja ich habe die monja wie monge 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 ich abonniere ich warte bei jungs jungs warte wie manche abonniere wo ist caos total ja komme ich habe gedacht da der gegner hey oh mein gott ich bin so one ich habe zwei hp ja scheiß drauf alter klaus abonniere zurück lyric meister ich hab dich abonniere bruder also ich bin chaos tv abonniere auf jeden warte Junge, das fickt Ohren, Alter, bin ich ehrlich, ja, Bruder. Junge, das fickt Ohren, Alter, die ganze Zeit dieses Piepen, sorry, ich sage, aber das nervt richtig. Wie gesagt, Leute, auf jeden Fall Ehre, dass ihr auf jeden Fall alle da seid. Ja, jetzt blieb das nicht mehr so krass. Crazy, Crazy, Bruder, ich hätte dir gerne, wie gesagt, hätte ich mehr Accounts, hätte ich gerne auch mehr mit dir gemacht. Aber ich habe leider nur vier gehabt und ich damit Bescheid weiß. hey chaos bingo wenn du doch 82 accounts hast warum lässt du mir dann nicht mal schöne abos da oder vielleicht würdest du ja machen dass ich meine 1200 vollkriege brauche ich habe mich aber ging aber einfach das geht einfach louis wie geht es hier oder eher dass auf jeden fall wieder da bist sorry dass ich vorhin wie gesagt leute lasst auf jeden fall gerne auch und like auf diesen stream würde mich freuen und wenn ihr bock habt könnt ihr mich auch gerne mit dem creator code unterstützen xx binde streiton binde strech xx wäre auf jeden fall auch nice in bewerbungs zu hier ne da habe ich erst dort wollte ich ist stich tun hier gesagt als alles mit okay wo gegner bei mir Komm her, komm her, gönnt ihr das. Bitte lass hier chak-chak drin sein. Verbänder, hm, bringt mir nix. Bitte lass unten was nice sein. Ja, Jungs, stirbt, stirbt jetzt nicht. Stirbt jetzt bitte nicht da oben. Ich hab die, ich hab die schon. Aber ich nehm die mit für jemanden, für oben. Komm her. Hier, ich hab dir was hingedroppt. Egal, schon gut. Hitekso, was geht ab, Bruder? Hitekso, falls du Bock hast, auf Abo ging, Abo, lass mir doch auf Abo da. Geht noch. Oh, von hinten. Leute, von da. Oh, scheiße, tot. Sag ich jetzt schon mal. Jemand muss sich... Jungs, ihr müsst auch achten, ob ihr Metz habt. Katastrophe gerade. Ja, können wir nix machen, können wir nix machen. Mit dieser Pump nicht mal ein bisschen aim ich. Okay. Ja, Bruder, man muss auf jeden Fall. Skill fixi, fixi mi, was geht ab, Bruder? Alles fit bei dir, Bruder? Falls du Bock hast, auf Abo gegen Abo, lass... Ah, wir beide haben schon Abo gegen Abo gemacht, Bruder. Ich war gerade auf deinem Kanal, hab eben geguckt. Hitekso, was geht ab, Bruder? Alles fit bei dir? Ah, Hitekso, ich hab auch mit dir schon Abo gegen Abo gemacht. Nice. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass ihr mir auch auf jeden Fall den Abo tag lassen... Hä? Welches Video? Okay. Junge hat Ganktau im Zorn und sieben Tags bekommen von Fortnite, schön. Bruder, was hast du dir geholt für 4... was hast du dir für 440 Euro geholt? Ich bin auf jeden Fall. Bruder. Ich hoffe, ich bin mit Creator Gold, Bruder. Boah. Guten Morgen. Ja, Bruder, das kann doch... Vielen, vielen... Als ob du... Als ob das... Aber... Ich bin mit Photoshop. Zweiter Korn und Chaos, abonniert du zurück Hey, wo landet ihr? Oh Wo das denn? Äh, Bruder, wo das denn? Ich lande und hier sind Gegner und ich werde sterben, hier Oh mein Gott Lass mich hier hoch, schnell Ich hab, ich hab mich nicht, ich hab mich nicht, ich hab mich nicht Nimm die wieder, nimm die wieder, nimm die wieder mit Oder warte, ich pack die ein Oh mein Gott Ach, Alter, Junge, was geht ab? Alles Sublucky, was geht ab? Alles fit bei dir, Bruder? Noch drei Runden haben wir Boah, komm Leute, noch fünf Abos, dann hab ich die 1090, äh, 1190 geknackt K1 Fischi, was geht ab, Bruder? Ehre, dass du auf jeden Fall auch da bist, freut mich auf jeden Fall Lurik Meister Tony, ich hab eine Frage an dich Was heißt AMG? Was heißt AMG? Ja Ja Was heißt AMG? AMG? Murug? Keine Ahnung Ja Einmal mit Geld Einmal mit Geld? Ja Ja, genau Eddie, drück bereit, Bruder Eddie, drück bereit Du denkst, wieso machst du für 20 Abos nicht? Ich habe dir schon 7 gegeben, aber hab aufgehört, weil du mir nicht mal ein Abos gegeben hast Was soll dieses ehrenlose Verhalten? Ich kenne dir das, was aber ging mal, woher er bracht doch, guckst Jeezy Spam L2 Bruder, mein Nightbot hat dich für 5 Sekunden gesperrt, frag mich nicht wieso du hast irgendwas mit Caps geschrieben, irgendwas mit Dings. Alpi Gamer, was geht ab Bruder, alles wird bei dir. Guck mal, die Sache mit dem Mod, dass man Mod werden möchte, ist genau das gleiche wie Zuschauer, aber dass man nur Vorteile hat. Wenn man jetzt jemandem falsches Mod gibt, den man nicht kennt, alle werden gebannt. Ja, und das ist halt scheiße. Genau. Plesen, Plesen, Plesen. Wieso hast du den neuen Account gemacht, oder? 100€ Turnier kommt erst wenn ich meine Customs habe Ah, schade ich mir kein Geld, was ich bin Ich muss mich nicht mehr aufdrehen, was ich bin Ich muss mich nicht mehr aufdrehen, was ich habe ... ... ... ... ... ... ... ich geb ihm einen neuen zucker ja gönn mich so schmiedig kann ich mir eine karte holen wo ist denn deine karte da ja da ja 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 ich habe heute Arbeit geschrieben ok wie war deine Arbeit Mario ich hoffe du hast eine gute Note gemacht oder nein ja jungs hier hier ist ein jump pad ich habe hier ein jump pad platziert ja 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 ich habe doch ich habe doch du hast mir doch reingegehen alles gut bro alles gut brother ja kann mich geben ja ich komme zu Hause Ich glaub ihr seid, ich komm zurück Jungs, ich hab Jump-Hit oben platziert, wir müssen zur Zone erstmal, komm Ich höre Gegner hier bei mir, die sind durch diesen Tunnel Achto Ey, ganz ok, warte zu Oh, na, oh, Bruder, was sind das denn für Aufgaben, Alter? Bulli, wenn du mich mit so welchen Aufgaben kommst, ne, schütt' auf Gott, dann bleib' ich lieber aus der Schule draus, alter Eddie, komm mal her, Eddie, hier ist ein Biggie, komm her, ich hab markeet Ich kann gleich alles droppen, gar kein Problem Oh mein Gott, ein Biggie Geht in die Zone, geht in die Zone, geht in die Zone, geht in die Zone, wichtig, wichtig, wichtig Noch ein Slurp, Biggie und Slurp, alter, geil Chaos, äh, Chaos, total, komm her, hier ist ein Biggie, Chaos, total Oh naja minis immerhin boah ey crazy spams bruder sorry alter der nightbot hatte ich jetzt für 600 sekunden dings ist wirklich nicht mein schuld wurde ja kommt man mit kommt man mit wir nehmen wir diese luft wir nehmen diese röhre hier kommen springt hier ein jungs ich bin schon in die röhre ich weiß nicht was ihr wollt jungs hier ist ein biggie egal ich nehme dings ich habe nicht wer kommt wer kann bg mitnehmen wo ist meine dings meine ptw wo ist was mein ding sind mein tommy ganz nimm den bg nimmt den bg und ich kann nicht kann ich kann ja gib ihn trinken lasst ihn trinken jungs kommt springt hier ein so war und los in die zone hier vorne waren dicker feiti sind noch gegner jungs kommt 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 ich habe ein oha ich habe einen auf jeden fall hier ist noch einer drinnen alles gut ich habe die alle hier sind hier sind dings hier ist medikit ich brauche ich brauche kommt hier auf diese oberfläche und kommt 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 er ist schneller schneller bevor ich gesagt wird kommt ja dann kommt ich bin abgehauen kommt in die rohre was geht heute macht die gar nichts ja bisschen zocken müssen schön bisschen chillen müssen reden leute auf ehre gegner gegner kommt jetzt entgegen ein gegner sind ja los 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 wir müssen helfen ein bisschen helfen Niemals, Niemals, der schlägt sich den Kultus. Niemals, 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 Niemals. Gute. Einer muss hier hin. Einer muss hier hin. Einer muss in viel Ruhe. Er muss noch helfen. ich habe auch noch ein genockt den habe ich auch darum nice nice genauso will ich das sehen genauso so ich habe ich habe ich habe ich habe Schaut in. Wir müssen aufer, wir müssen aufer, wir müssen aufer. kann ich vielleicht einer kann ich vielleicht einen happy hoh holen oder ich habe ich kann dem jetzt geben ich kann mich vielleicht einen happy hoh holen da ist ein trocken wartet jungs immer chill nein Ich hab auch ein Lagerfeuer, alles gut. Jungs, ihr müsst noch happy um mich, da könnt ihr uns beide hochholen. Wartet, 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 wartet Jungs. Wie gesagt Leute, lass auf jeden Fall auf Ehre ein Abo da. Minis brauchst du? Also. Ja, hier, komm her. Nice, land, 10 Kills. Ich wäre ärger, wenn ihr uns jetzt hochhut. Bruder, wenn ich das schaffe, mach ich das gerne. Ah, es wurden schon welche beliebt, Leute. Was, Bruder? Dein A, dein A ist so gut. Man sagt doch, ich bin der King, Bruder. Maschallah. Nein, 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 nein. Was, Bruder. Ja. 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 Gönnt, gönnt ihr den Slurp, gönnt ihr den Slurp schnell, der ist da drinnen, in der Hütte, in der Hütte, da drinnen, ja, nur noch, da war einer, Nein, Huma, ich hatte den so gesnipet Ey, komm auf Ehre, jetzt wieder benehmen, auf Ehre Wohle und 14 kills habe ich, mach ich wieder eine 15er Runde Soll ich euch wieder, bitte Nein. Ja, mach, 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 mach. Mach. Mach, mach. Hm. Pass auf, Granaten. Ich hole meine Lieblingswaffe da. Ja. Ich brauche ihn. Ich brauche kein Loot. Ich brauche fucking Loot. Ja, Jungs, wir haben die. Was? Ja, komm her. Ich habe euch alles getroppt hier. Ich habe euch alles getroppt hier. Hier, Minis. Hier, Minis. Minis, Minis, Minis. Jungs, wir schaffen den Sieg halt safe. Der ist hier in der Hütze. Der ist hier und der wird hier. Ey, lass auf ihn mit Spitzkarte. Komm, lass auf ihn mit Spitzkarte. Lass auf ihn mit Spitzkarte. Okay, go, go, Minis. Auf ihn mit Sniper, Minis. Auf ihn mit Sniper, Minis. Tony, drop Sniper, Minis. Hier, habe ich gedroppt. Jungs, das ist... Jungs, das ist... Jungs, das ist ein... Das ist ein Bot, Alter. Ey, wenn er jetzt... Wenn er jetzt killt, ja... Wenn er uns jetzt killt, ne, dann... Spiel ich nie wieder Fortnite. Ich feierab. Fünfzehn Kills wieder, nice. Nice Runde. Und zusammen, hier, und zusammen. Noch eine Runde haben wir hier. Ja. Gigi kann ich dann mitzocken und so viele Runde. Ja. Wir haben noch zwei Runden. Noch zwei Runden haben wir noch. Aber ich gebe mir jetzt erstmal ein Rauchen. Jungs, habt ihr gesehen meine 15er Bomb? Habt ihr meine 15er Bomb gesehen? Das ist... Das ist heute meine dritte 15er Bomb. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ach ja, Bruder. Warte, nice. Auf jeden Fall. Hat mir gefallen. Nice. Wartet ganz kurz, Jungs. Wie gesagt, schau auf mir eine. In acht Minuten ist mein Bewerbungsvideo fertig. Bis gut, bis gut. Ich hab diesen Shintosh geguckt… Guck mal, ich hab diesen Shintosh geguckt, genau wo er rausgekommen ist. Gen-genau-Karten. Ich hab diesen Shintosh geguckt… Guck mal. Ich hab diesen Shintosh geguckt, genau wo er rausgekommen ist. Die Runde war doch nice, oder? Ja, die war nicht schlecht. Die Runde hat auf jeden Fall mir gespaß gemacht. Ich war nicht schlecht. Bruder, ich zeig dir genau, wie man Creator Code bekommt. Indem du auf jeden Fall deine 1000 Abos erreicht erst seitens. Tony, hast du den? Tony, du hast es dabei. Ich will dir den Text nicht. Tony, hast du den? Okay, Bruder, wie gesagt, Leute, guck mal, ich zeig euch jetzt, wie ihr Creator Code bekommt. Es sei denn, entweder ihr knackt 1000 Follower auf Insta, 1000 Abos auf YouTube. Oder ihr habt, glaube ich, bei Insta weiß ich nicht, bei Facebook. Doch, hast du 1000 Abos bei Insta? Ja, dann kannst du dir Creator Code beantragen. Du musst Epic Games anschreiben. Beziehungsweise du gibst Creator Code ein auf Google und dann meldest du dich da an und dann steht da alles, was du machen musst. Hat die der von euch Weihnachtsgen? Das weiß ich nicht, Bruder. Hat die der von euch Weihnachtsgen? Das weiß ich nicht, Bruder. Hat die der von euch Weihnachtsgen? Dein Problem, Bruder, hab ich dir gerne Bescheid gesagt. Toni, hast du den? Ich hab nur ein Lied. Äh, Leute, Leute, ihr müsst, äh, ich hab noch, ich hab noch zwei Runden mit den Jungs. Was? Wie heißt auf Insta? Dingster, wo ein A in 991 hat. Ach so, Dingst meinst du, äh, Humam? Ja. Marco, was geht? Ich hab die Folge schon längst, Alter. Ja, ja. Ja, warte. Wie gesagt, Leute, das auf jeden Fall auf Ihre, das auf Ihre, Leute. Okay. Ja. Ja, äh, gleich geht auch einmal mein WLAN aus, da muss ich das wieder anmachen. Ähm. A. Ja. M. Ähm. Okay, und? 300. E. 300. E. E. Ich hab zwei Runden, dürfen die Jungs noch spielen, die Runde und noch eine, dann bist du dabei. Ich guck mal. Geht ja mit Ehre, Bruder, dass du da bist. Oha, nein. Also wie? 300 E. Komm, Leute, noch drei Abos, dann hab ich die 1190 geknackt. Kann ich dann auch wieder. Ja, Marco, kannst du noch auf wieder? Ich will dich nicht. Wot the fuck. Warte. Ich schreib immer in der Winter. Bist du drin? Nein. Äh, Alex, mach mal Ausrufezeichen Epic, warte ich hier. Ausrufezeichen Epic. Ja. Bist du in der Kopf begonnen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich bin bewegt zu stehen. Ich habe die Bewerbung erst ausgehauen. Ich komme. In vier Minuten ist meine Bewerbung angenommen. Wie gesagt, Leute, kann sein, dass mein Internet gleich einmal ausgeht. Mein Router macht ein Restart, aber hoffe, dass sie dann gleich auf jeden Fall wieder Alarm Start seid auf Ehre. Was? Wie denn? So, wie kannst du starten? Jo. Kommt, Leute, noch drei Abos, dann habe ich die 1.190 auf Ehre, komm, drei Abos. Ja. Warte. Was von den 1200 Abos, Alter. Nee. Egal. Wir machen nachher, okay? Erst nachher machen. Alle drücken mal bereit. Alles jo. Und alles jo. Guck mal. Dinger falsch machen. Alles jo. Loot, Dinger mal. Alles jo. Guck mal. Dirk 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 mal. nach dem das ist ein Fortschritt er hat verlassen die Bekommel machen noch zwei Runden Trios die Nürnste das ist ein Insta die Exit-Uni-Haft-Günste und Holbommern Neimbrunnen Werber Schäden Wo? LoL Wo? Dann jetzt? Wo? Nein Wo? Wo? Fortbettli 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 meinst du Wo denn, wo das denn? 25.000? Woher weißt du Olava Das heißt, das heißt Alles einsammeln, Alter Ja, YouTube, oder? Kapitel Die Kroftigkeit mit oben, ne? Mach schaue Ich weiß es dir.. Lass es dir! Danke schön, Jamin! Gamerzucker kannst du mir einen Win holen? Natürlich, Gamerzucker können wir machen, das ist gar kein Problem, aber Gamerzucker wenn dann erst morgen oder so, Brudi, oder es sei denn du bist dann später noch Blick Panther, was geht? Mein Rekord, 26 Kills im Team Toni? Ja Gamerzucker, ein Bruder heißt Tvito und unser Spitznamen ist auch Toni Ja? Ja? Der hat meinen Namen geklaut, sag ihm mal bitte, er soll sich andere Namen machen Ja, wow Spaß, Spaß Oh oh, bei mir ist einer drinnen, ich hab keine Pumpe Ich hab nur einen Granatwerfer Der mein Oh Toni, ich hab eine Überraschung für dich Wo bist du? Genau wie die Überraschung, wo ich ja leben wollte Genau Oh mein Gott, hinter mir Ach, scheiß drauf, Alter Ich hab' noch Schick Schick die durch wir mit euch noch eine Runde muss ich machen mit den anderen genauso fünf Runden sieben mit euch er muss ich schicke dann kannst du ich brauche ein Dreischabos ja nice puller das sind noch ein Dreischabos brauchst bis zu wie viel bis zu 200 ja gib alles bro gib alles bro halbe Stunde ist mein Bleibungsvideo draußen es hängt gerade ein bisschen warte ich habe in dem Bewerbungsvideo in meinem Bewerbungsvideo habe ich hundertmal keine Ahnung mehr Creator Code xxt und xx gesagt als Kanal als mehr Wörter halb und heißt noch zwei Abos dann hab ich die 1100 und kann ich gleich mit zu mir aber du kannst auch auf jeden Fall mein Freund haben da kommt hier rein und sagt ja ich nehme die FA schonmal an Bruder ja ich nehme die FA schonmal an Bruder ja ich nehme die FA schonmal an Bruder Ich vermisse Season 2, 3 und 4 Jedenfalls Na alter, nee, ich hasse als wo die Astroiden angegriffen sind, wahrscheinlich Was? Ja ja Ich werde aufrechen Ich glaube, ich stumme mich einfach nicht wieder, ne? Gönn dir, gönn dir, gönn dir, Marek Ehre, Mann, Ehre, Mann Toni, dafür albanisches Tunis Toni, ich werde mit dem Part im Stummelhands aufziehen Ich werde mich einfach nicht wiederholen Und wo? Ich glaube, nachher noch mal mit dir Komm, komm zu mir, Gunke Ich hatte alle in meinem Leben in den besten Mut alles goldenen Waffen wer hat geschossen ich schieße ich mal einen Mann ran ich bin ich werde ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin du bist du hast, ich bin ich bin ich bin Nein, der ist da oben, der ist aber warm. Was? Keiner. Der hat uns alle gefreut, egal Bruder. Ah, so gut, ich stumm mich, ne? Okay, Jungs. Hier, ich werfe euch eben raus, Jungs. So, jetzt kommt Barbo rein. Barbo, komm rein. Ach Toni, mein Bewerbungsvideo, mein Bewerbungsvideo ist draußen, ne? Wenn du anschauen möchtest, viel Spaß. Hast du mit Hashtag STC gemacht? Ne, aber ich ende ganz kurz, warte. Barbo, dann komm rein jetzt, wenn du da bist, Bruder. Falls du nicht da bist, Bruder, doch, der ist hier, der ist da, hier. Ich hab den eingeladen. Warte, du bist so leise, mein Freund. Bitte stell dich ganz kurz lauter, okay, das wär echt nett. Hört ihr mich jetzt? Ne. Ja, ich weiß, das hätte einfach mein Cousin, ich weiß auch nicht, was damit los ist. Warte, ich kann ja versuchen, mich kurz mal lauter zu stellen. Warte. Ey, Jungs, macht euch mal auf Stumm. Macht euch mal auf Stumm. Ja, Toni, ja, Toni, ich hab auf SCC gewechselt. Okay. Okay. Ja. Chaos TV? Ja. Ähm, können wir jetzt, äh, Dings, äh, spielen? Was? Hallo? Jetzt hört ihr mich? Gut. Ja. Oh, jetzt, okay, jetzt. Ähm, lädst du mich ein? Alter, bist du das? Bitte? Wie ist dein Pace-Einnahme denn? Äh, der ist Secret Lucky. Secret Lucky? Ja. Ey, ich lad dich kurz mal ein, denn siehst du so, wie ich heiße. Musst du schauen mal. Oder? Ja, Mann. Ey, Secret Lucky, ich hab dich gar nicht in der Ava ab. Ich hab dich aber bei P-Central. Echt? Mhm. Boah, wer schmatzt da wie ein Schwein, Alter. Ich nicht. Oh, ich heiße auch irgendwas mit L, I, L, I, L, I, L, I, Todes, X und was da. Ach, das bist du, Bruder, dann sag das doch so. Ja, ich weiß nicht, weil ich hab einmal Epic-Name so komisch und, ja. Ich hab's schein gelacht. Danke. Ich bin aber nicht so gut, ne? Ist nicht schlimm. Warte. Warte. Ich bin direkt bereit. Ja, boah, mach so oft ich kann. Boah, hättest du direkt noch einen Skin gegönnt, ne? Warte. Äh, Bab... Babo, ich hoffe, ich hoffe, du hast Skin gegönnt mit meinem Creator Code. Hoffe ich. Digga. Es muss auf Faktor jetzt. Nice. Safe machen wir. Safe machen wir win. Ich hörte auch. Da hab ich einmal Dings, äh, wie heißt das? Ähm, da war ich, also ich hab fünf Kills gehabt, auf einmal war da ein Spieler. Äh, ich hab gar keinen Sniper-Aim, auf einmal wollte ich ihm so ein Headshot geben und was macht er so? Also, gib mir einfach mal einen Sky-Tag, ich bin so viel AP. Hört ihr mich? Das ist die Pause. Nenn ich einfach Turnierungen, oder ich hätte was. Geht doch auf. Ihr könnt Babo auf jeden Fall Stinke Salami nennen. Ist Chaos-TV? Ja. Ganz... Ist doch egal. Hast du mich eigentlich schon abonniert? Natürlich hab ich dich zurück abonniert, Brudy. Ich bin Gamerzocker, ne? Ja. Ich mach, wenn, wenn jemand Abo gegen Abo macht und mich abonniert, den abonniere ich immer zurück. Okay. Okay, main. Safe. Nein, Bruder. Lass Pleasant. Lass Pleasant erstmal. Ja, Bruder Ehre. Wie alt bist du Chaos-TV? Bruder, ich bin 24, Bruder. 24, Bruder. Ja, ich bin 24, Bruder. Ja, ich bin 24, Bruder. Nee, Digga. Der Styro hat irgendwie grad... Nee, du schon gemacht, Digga. Alarm. Äh, ich mach die 100 Euro, das 100 Euro Turnier mach ich erst, wenn ich custom habe, Bruder. Ja. Bruder, bei mir lädt gar nichts. Doch, doch nur Klamit wieder, nur Klamit wieder machen. Bruder, bei mir... Ja. Bruder, bei mir laden die Texturen nicht. Bruder, was ist hier los? Bruder, dein W- Dein W-Lan ist broke, deswegen laden die Texturen nicht. Nein, ich hab eigentlich das LAN-Kabel dran, eigentlich müsste ich einen 4er-Ping haben, alter. kills oder wenn du wenn du schaffst auch sieg sieg was ich sagen das ist ganz traurig ja wirklich und davon sind fünf in diesen acht okay gute nach sie macht diese bruder ich wünsche die leute geben viel glück okay wo ich wünsche auf jeden fall eine gute nacht und ihre bruder das ist auf jeden fall in ihrem vielen vielen dank als maul wie oft bin ich live und online und online du bist nie da oder ja das ist einer der das ist einer das ist einer der schon lange mein plan ist was klar ja ich hab ein klar ich weiß nicht oder gute nacht ja was in a royal habe ich sechs kills gehabt aber auch bloß weil ich die spieler sind doch schon seit der anfang season 1 also ich spiele seit ich spiele seit diesen anfang season 9 ich spiele seit sie sind ende 9 ich weiß bescheid auf jeden fall die bruder weiter ich muss noch mal Eier z.h. z.h. das wie heißt die P-K-X weiß ich ähm der Relegate Raider ist diese genau oder Ehre ich hab dir mal eine F-A geschickt ich muss ja mal sagen mein Cousin wenn mein Cousin Relegate Raider sieht ne der rastet da übelst aus äh Digga jeder schickt mir eigentlich nur eine F-A weil ich einen Relegate Raider keinem anderen geht es an ich bin der Nies Hauptsache ich hab Relegate Raider P-K-X ich bin Eddie, Luis hat sich aber nicht erlaubt ey Digga was du hässlich lahm mit der Axt schnell ich den Kopf hab was hast du kann ich mir was aussuchen ey die hab ich auch aber ganz unten in meiner Sammlung er such dir was aus äh Bruder ähm komm Ehre gönn was hast du für ne Waffe? ich hab ne AK im Blau achso willst du dir haben die Infanteriegewehr? ja gib mir das Infanteriegewehr im Blau Bruder was hast du zu? hier ich hab dir gedroppt ja schön warte da ah ist Ehre dank schon Bruder folge ich mein AK nicht oder? warte mal ich will jemals meinen Account haben ich spiel jetzt auf mehr ich wär jetzt auf mehr ja 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 Digga ich wir haben ich wir haben ich wir haben ja okay also ob er jemals seinen Account geben würde warte ich sag ich schreib die E-Mail Adresse auf also also warte hast du Stift und Blatt ich sag dir jetzt den äh äh bravo bravo da unten sind Ninis da unten sind Ninis die in Stream können auch zu hören die können auch meinen Account haben ja bist du ready? warte Stream ich sag dir jetzt doch ich geb dir sogar Code und alles dazu Babo ich hab den Minis da markiert warte chill wie gesagt Leute einfach blüht Digga warte ich hab was zum Schreiben warte chill warte noch nicht ZONE ZONE MOTHERFUCKING so jetzt oh Bruder fuck Digga lass dir die ZONE gehen erst mal ahja gar keine Verbände oh Digga wir sind glaube ich tot ey ich hab Jumppad ich place Jumppad nein ich place Jumppad komm ja ja please oh das warte nein was bin ich du Arschloch Alter Digga hier geht so richtig zusammen ey hier sind nochmal Minis ich sag den Code chill ja sag doch sag ich sag jetzt den Code und wenn nicht da kannst du dir im Stream nochmal anhören ok ja darum ist ein Biggi also darum ist ein Biggi ja 1 2 3 ja ja alle Toni abonnieren gmail.com das ist ein Biggi 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 was ich komme der 238 er bekommt der 238 ich komme aus bayern und nicht schweiß alter wie low junge ich bin schon so weit vorne seine kollegen kommt seine kollegen kommt ja er könnte sich einfach wieder schild alter was er wäre jungs wir müssen direkt in die zone direkt in die zone kommt doch das epische ja wo mann bruder ey mich absolut lust mörder ich hab selbst kaum was ich hab selbst nur noch 4 komm leute wer macht mir die 1200 abos verlob wäre würde mich auf jeden fall freuen ich habe 1000 ich habe 1000 accounts ich abonniere schnell spaß ich hab nein mit 233 ich finde meine schwester ihr handy nicht ich muss sie morgen fragen da kann ich auch über ihr handy abonnieren und über meine mutter ihr handy mache ich auch noch brauche ich nicht ich hab was besseres die ist neu infantil gewählt aber toni ja eigentlich bringen es bringt es dir gar nichts wenn du solche abonnenten hast wie zum beispiel wenn ich jetzt über meinen von meiner schwester's handy ich abonniere dieser dann nie aktie also dieser dann dann bringt er die abonnent eigentlich gar nichts aber doch in dem ranking ranking ja ja mörder ja bruder ich will auch custom games haben damit ich für euch auch turniere machen kann ja hier sind noch alles kisten hier sind noch alles kisten hallo ok ciao ja ich hab was wallah ich hab appetit müssen die leute die in den klaren kommen gut sein hier minis alles halt alle es dürfen nur die rein die ob sie sind neun erst spiel ok spieler seien ich habe brenne gerader account gekauft und ich spielst du sie sind neun wie kann man bauen ich habe noch nie eine treppe gebaut ich bin nicht wirst ja ich schaue noch nie ich schaue noch nie bei bei skrpx bruder falls du bock hast was vier gegen vier machen würde mich auf jeden fall freuen vier abos vier likes bruder dann kriegst du auch vier likes vier abos und 4 likes hier sind auch mal minis ich kann gerne mit dem bruder ich habe schon sechs dabei pass auf was mir gefallen bruder oh jetzt sind noch nicht gelootet er hat jemals ja ich doch mal schnell wer braucht die ich hey wer snipe auf uns hallo wer snipe auf uns jungs macht mir augen auf hast du schon red ey wir sind an wir sind an lama vorbei da hinten ist ein lama ja hey diga wo yo wo snipe die ich sehe die halt nicht die snipe ey ich wurde gesniped ey jungs hat jemand ein medikator lagerfeuer ne ich hab nochmal bender ey ich mein ähm nur ein minister ey von der oberen jungs von da von rechts von rechts da unten ey ich würde mal sagen wenn mir eine snipe eine hand gibt hat der ein fehler bei mir auch wer der snipe hat ey ihr müsst bauen leute ihr müsst bauen damit ich den heim kann bei mir auch wer der snipe hat der ein fehler weil ich bin so krank mit snipe 100 hit 100 hit ah ja 100 der hit hat irgendwer mit mit geht ich weiß ich weiß aber wo ein lagerfeuer ist davon ist ein lagerfeuer davon ist ein lagerfeuer komm komm mit jahr kann ich jacke wehern warte bravo mach nicht an ich mach nicht an mach nicht an kommt nirgherher komm her hier sie wird kommen er könnte ich brauche nicht viel ok oh mein gott ist immer dieser toni immer dieser toni ich glaube der der mir eine snipe anhand gibt ein fehler du wüsstest schon nein der ist gut was ist das ich habe ich habe ich habe nicht mal ein kill gemacht ich habe einen ich habe einen einzigen vorhin die runde habe ich 15 15 kills gemacht was für eine position die haben der 35er bekommen wir müssen von unten gehen jungs ja warum er jungs geht wer pusht das so unnötig bau ich hab es gesehen oh mein gott ein millimeter am kopf vorbei bruder digga ein millimeter am kopf vorbei aber das sieht so riskant was ist mit der punk los ich glaube ich habe einen riesen nicht hallo oh mein gott bruder es brennt noch nicht tony komm bitte schnell das werde ich wieder gefilisht ja ist klar wie geht das ihr wart mit dem beschäftigt habt zwei stück da oben gerückt wie können wir zu dritt bei einem verkacken und das ist auch noch ein no skin gewesen wie gesagt jetzt lasst doch hier ein ab und legt ab das ist die ganze Zeit im Schneider sitzt da oh oh ich bin level 8 ich bin level 8 28 ich bin Level 28 und Battle Pass Stufe 14 ich bin Battle Pass Stufe 12 und bin Level 19 wie geht das Bruder mit den YouTube Zeichen macht Doppelpunkt Y T Doppelpunkt Doppelpunkt Y T Doppelpunkt das bist du kann ich euch auch im Clan rein vielleicht Bruder dafür muss auf jeden Fall was können spielen ja was genau spielen Bruder du kannst muss gut bauen du musst gut sein haben und du musst gut auf Kills gehen können ach Bruder Digga mit bauen bin ich eigentlich voll da ich bin bauen kann es eigentlich voll gut aber eben ist heute wieder los von wem das ist Tony ich weiß auch nicht warum Marvin ich weiß was denn Marco was los nix bei dir nix bei dir das war nix toni schwarz hey Marco was meinst du lukas ach nein Bruder ich mach doch kein 1 gegen 1 zu nix woher jetzt hin woher jetzt hin wir haben schon markiert wir haben schon markiert das secret was machst du da oben ein junge tanz mit dem gegner ja jetzt habe ich ihn verloren ich bin aber auch so richtig dumm alter ich bin aber auch so richtig dumm alter tank stelle und jetzt überverhältst du auch noch weiter anstellen und wir kommen wieder neue gegner auf das habe ich gar keinen bock ich mit meinen waffen hast du die nur her als später bruder wir sind gerade alle in der runde dann kannst du auf jeden fall später mitmachen mörder ja auf jeden beides oh mein gott oh mein gott stirbt die scheiß pole oder wow Bruder und keine rassistischsten sachen hier sagen ich bin live ja Junge ersta... äh Digger Radar ihr müsst wissen Mensch ist Mensch aber das war der der meine Munition geklaut hat oh Bruder du machst meine Kiste kaputt man ich will mal dein Leben glaube ich dir wohl wir müssen jetzt mal ne verdammt ich glaube ich glaube ich bin die Kiste kaputt hey Junge na mit Benny Boy hä? wir werden Marco was meinst du? wen meinst du denn genau? Hier ist mein Zuhause. Ey, verstehe nicht mein Zuhause. Ey! Gegner! Oh mein Gott, Bruder, schieß auf mich. Bruder, na komm. Schlützen. Sag mal Koordinaten. Äh, N. Oh mein Gott, Bruder, jetzt fliegt er bei dir. Ey, habt ihr den nicht gekillt? Nein, der lebt noch. Wo ist er denn? Der ist hier irgendwo. Halt, stopp, Überfall. Jungs, hier ist noch ein Mini. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, dass hier ein Gegner ist. Ah, hier, Baba. Hast du recht, Bruder, ich hab das nicht gesehen, ich weiß nicht. Ey, bei Vettel ist voll der Fight. Ja, Toni, ich und Marco haben Freundschaft, meine, sorry. Aber, Freund, ja, okay, muss jeder wissen, Jungs. Ich kann nur dazu nichts sagen, Alter. Aber, äh, Black Panther, ich find das schon komisch, dass du Gruppe irgendwie verlassen hast. Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, Bruder. Aber, mhm. Boah, der hat ein 50er von mir kassiert. Schafft ihn. Ich hab ihm einen Hit gegeben. Der nächste kommt, der nächste kommt. In der Luft. Hier, 20er. Ah, das ist mein Kill, du hast geholfen, wenn ich den Feuerwehr umgekehrt habe. Bruder, er holt einfach ab. Deshalb mache ich diesen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt auf und da weg. I will. I'm sorry, aber es muss das sein. Oh my god. Ey Junge. Sorry. Ey Jungs, wir missen. Ich hab jede Lung mit was eingekennen. Guck mal, was hier ist, ja? Der hat ein 70er Schaden von mir bekommen. Der hat ein 70er Schaden von mir bekommen. Sag mir, dass er pump hat. Sag mir, dass er pump hat, Bruder. Dann muss ich Double Deagle spielen. Ah ja, Ehre, dass bei mir wieder einer von hinten kommt. Oh Babo, ich danke dir, Bro. Ehre. Ehre, Wallah, nice. Die Heavy Sniper. Oh my god. Ja, die haben meine Daten, deswegen... Ey Bruder, ich wollte nochmal gepumpt. Das Babo, das Babo. Die haben sich voller schon... Ey Jungs, was war? Hat der Redel normale Pump für mich? Nein Bruder, ich hab selber nur eine Technikill. Ach, äh... Ja, ich auch. Ja, Bruder. Bruder, ich kann dich eh nicht bauen. Kann ich mod, war schon mal mod, aber ich habe einen neuen Account gemacht. Nein, ich werde mich vorher so erschrocken. Splex, du warst bei mir noch nie mod. Wehe, es kommt irgendjemand dann auch so von hinten. Ich werde das aus. Deswegen, ich nehme dich einfach Leute als mod, Bruder, damit du Bescheid weißt. Müsst du meine, kann ich gleich wieder... Ja klar, ey, wer hat mich gesteckt? Oh my god, wo war der? Das war Babo, Alter. Junge! Den ganzen Baumhütz. Der Babo ist doch 76 heute. Bruder, lass morgen nachmittag reden wegen Clan. Ja okay, Bruder, mach das. Dann pennen gut, Bruder, schlaf gut auf jeden Fall. Ich wünsche dir was, Bruder, ich wünsche dir genauso was, Bruder, auf jeden Fall, wie gesagt. Babo hat zwei Wirbelsäben. Bruder, hier sterben kaum Leute, Alter. Ah ja. Oh, da sind Gegner. Die fliegen da so rum in der Röhre wie so kleine Vögel. Einer hat 22er. Oh mein Gott, Bruder, er macht uns eh so was. Ich hab einen. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist die Garte, das ist die Garte, das ist die Garte. Ey, das sind mehr damit zu müssen. Ey, ich muss ein bisschen abhauen, ich bin one. Ey, Junge, immer die hässlichen Iconics-Dings. Ja, die haben von hinten, Junge, fickt dich. Digga, was soll man machen, Junge, wenn die von hinten kommen? Kleinen Spastis, Alter. Toni, kannst du mich schließen? Toni, kannst du mich schließen? Brudi, wie denn? Wir fighten alle. Bruder, nein, okay, Bruder. Feiner, siehst du nicht. Nein, ich hab keine Messe mehr gehabt, ich hab wirklich keine Messe mehr gehabt. Mörder. Das wieder die 1000. Bruder, ey, meine Fresse, Alter. Digga, mit dem Röhren wird eh nicht, Digga. Leute, noch 10 Abos, dann hab ich die 1200, Alter. Jungs, warte, ich muss mir eine rauchen. Ich muss mir eine rauchen, danach spiel ich wieder gut. Ja. In der Frage, können wir irgendwie mal selbst spielen, das wir vielleicht schaffen? WhatsApp? Meinst du WhatsApp? Ich spiel doch eh schon so safe, wir haben eh alle so wenig Kills. Können wir selbst spielen? Ich spiel doch eh schon so defensiv. Wir machen nicht mal viele Kills, das ist voll langweilig. Ich weiß auch bloß, wir müssen irgendwo anders landen, wo halt niemand landet. Ne, das ist ja dann komplett langweilig, da landen ja nur die Anfänger, Alter. Also ich hab vorhin, ich hab vorhin ne Runde gemacht, wo wir wieder 22, 23 Kills hatten. Ich hatte allein 15 Kills, Alter, das war ne nice Runde. Plus Sieg, richtig geil. Bruder, das ist ja das Fall, ich möchte unbedingt nen Sieg haben. Weil wir haben ja nur noch 3 Runden, dann sind ja andere wieder dran. Ja, wenn wir von Anfang an schon Kills machen und sind hier durchgehend warm und nicht am Anfang chillen und dann... Ja, dann müssen wir... Dann müssen wir... Toni, welche Gruppe meint ihr? Bruder, ich hab ja einen eigenen Clan, wir haben ne WhatsApp-Gruppe. Mit meinem Clan, weißt du und... Ich kann mir vorstellen, Bruder, dass du genauso aus siehst, Bruder. Toni, ja, ja. Könnten wir mal machen, unser Clan gegen den anderen Clan. Könnten wir das auch mal machen. Könnten wir das auch mal machen. Wollte ich schon mal machen, aber viele haben Schwanz eingezogen. Ja komm, Clan Krieg, Alter, wir fetzen die anderen. Wollte ich ja machen, aber viele haben Schwanz eingezogen. Ähm... Dieser Gohan... Dieser Gohan Clan kennt ihr bestimmt. Gohan Summer auf YouTube. Vielleicht... Kennt ihr den? Hm... Glaub nicht. Gegen den wollte ich... Äh... Er hat Schwanz eingezogen. Er hat mich sogar auf Insta blockiert und so. Welchen Schwanz eingezogen? Der hat doch noch nie einen. Doch, oder den zwei Zentimeter reingewachsenen, äh... Äh... Pinzessen-Tenis. Kann er ihn ja nicht mehr reinziehen. Ja. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall der... Ich geh Gott auf der Latte. Und ähm... Wie viele Runden noch bis ich... Mit so... Noch drei Runden. Und auf jeden Fall äh... Nach den drei gehe ich dann auf. Und dann auf jeden Fall... Kann sein, Leute, dass mein Leistung gleich beendet. Damit ihr Bescheid wisst, aber danach komme ich auf jeden Fall wieder live. Und auf jeden Fall Dings äh... Und äh... Noch ein Clan und so. Ach, die haben alle abgesagt, Alter. Ich wollte halt gerne Clan gegen Clan machen, aber... Die wollten nicht, deswegen warte ich erstmal. Ich warte erstmal. Und dann... Wenn man ein Clan ist könnte... Was? Was meinst du, Bruder? Was meinst du, YouTube, Brudi? Du hast geschrieben, wenn man ein Clan ist könnte? Hm. Gibt's Chaos über TV? Ja. Kannst du dich bereit machen? Ich bin gerade am Rauchen, Bruder. Ja, Bruder. Ja, man kommt dann in die Gruppe rein. Und äh... Dings, wer ist das? Aber man muss auf jeden Fall was drauf haben und sowas. Ich hab einen Bock auf Kreativ. Nein, ich hab keinen Bock auf Kreativ. Ich hab geolia.... Komm in. Komm in. Ich hab nicht nur Kreativ, Alter. Oh, ich hab wirklich einen Sieg haben, Alter. WTF. Fuck. Wenn man rausgekickt wird und man wieder reinkommt, also in die Gruppe reinkommt, kann man halt nochmal mitspielen oder wie? Wie meinst du das? Ja später dann erst, weil erst mal eine neue Gruppe anfängt. Doch. Doch. Honey? 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 Nein Bruder, ich hab keinen Bock jetzt, Bruder, wie gesagt. Halt deine Schnauze, dann geh raus, ich werde alleine, Bruder, wie gesagt. Kommt man dann? Hey Jungs, sagt jetzt, wo landen wir gleich? Du hast 1091, ehre auf jeden Fall. Babu, Babu, was für eine Jahre hast du dir im Mund gehabt? Nichts, Bruder, nix. Ja, du spielst ja gleich wieder. Das meinst du mir, Tony? Ja, Bruder. So, wir können jetzt starten. Jungs, wir müssen ein Eppchen jetzt wieder holen, Alter. Ja. Wenn ich dann darf ich noch so lange dranbleiben, müssen wir ein Eppchen holen. Ist klar. Komme dann wieder, okay? Ja, Bruder, kannst du aber dann auch wiederbekommen, gar kein Problem. Boah, ich fühl mich gerade wie so ein Türke. Ey, wo sollen wir alle landen jetzt? Mal schauen, wie die Karte ist. Erstmal später wird das wieder mit, äh, Sonne spielen. Also ja, dann, später können wir das dann spielen, auf jeden Fall, Moving Zone. Aber erst später. Babu, wie lange bleibst du an? Haha, bist du an? Wallah. Babu jagt ihn, der hat meine Dings kaputt gemacht, meine Treppe. Ja, Mann, genau so, Bruder. Suche eins, was du tun, auf jeden Fall schaden. So, wo sollen wir hin? Mega Mall. Mega Mall, Mega Mall, Mega Mall. Mega Mall, Mega Mall, Mega Mall. Secret, bist du noch da, Bruder? Mörder. Ja, okay, der ist da. Hast du Tourette, Alter? Hast du Tourette? Aber ey, ich finde, wie hieß der Typ, der diese Krankheit hat? Mörder. Auf Klo. Oh, äh, Gewitter im Kopf. Ah ja, auf Klo. Ist klar. Ich hab' kein Tourette. Ich bin mir unruhig. Oh mein, ich bin der Schlechteste Spieler. Ey, bitte, hier macht es mir viel. Aber, alles klar, Digga, ist schlapp. Digga, ich hab' den 6.9 und alter, Fick, alter, Digga. Ah ja, gut, dass ich, ich hab' keine Waffe. Ach, egal, Jungs. Digga, findest du auch nicht, du kleiner Hurensohn, Alter. Die nächste Runde, mich will. Was hat der gesagt? Ich hab' nichts, was geht, Bruder. Was fehlt bei dir, Bruder? Ich hab' nur 30 Sekunden, 30 Sekunden, Bruder, aber jetzt musst du gehen. Ja, ich hab' nur noch 36, 35. 20, 22, 21, 20, 19. Wie? Okay. Loser, tanz los. Ah ne, Bruder. Oh fuck, Bruder, muss los. Bruder, meine Karte schaffst du nicht mehr. Meine Karte schaffst du nicht mehr, egal, scheiße. 3, 2, 1, ich schaffst du nicht mehr, ich schaffst du nicht mehr. Oh, ja, nein. Ja, moll, Digga. Egal, die, 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 die nicht so. Alter, Bruder. Bruder, wir müssen irgendwie mal safe spielen, Alter, Digga. Ja, darum sollen wir ja safe spielen. Vor allem, wir verrecken nur die ganze Zeit, what the fuck. Ey, geht mal weg, Alter. Mörder. Riftet doch. Hallo? Tschüss. Mörder. Find ich die. Find ich die. Fack, du klettert, Bruder. Mr. Rear. Digga, der fickt einfach den ganzen Team auseinander. Der Halti, der Halti, der Halti, der Halti, der Halti, der Halti. Hier sind mehrere. Hey, der Wichser! Blöder! Bommes. Ich geh jetzt auf. Ciao. Ganz ernst? Ey, Bruder, können wir jetzt mal safe spielen? Ey, ich unbedingt noch einen Win. Wir haben nur einen Versuch. Ja, Bruder, aber da musst du auch Gas geben. Ja, bloß das Problem, ich bin ja nicht so gut. Das ist ja das. Warte, ich lade jetzt jemanden ein. Komm jetzt ein Pro-Player, der jede Runde 30 Kills macht. Ist das ein guter Spieler? Ja. Wurde er jede Runde einen Win? Oh, Bruder. Ist das der? Ja. Was denn? Ey, Hanni, du bist auf Dings gezeigt. Auf, äh, 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 hier. Das ist ein guter Spieler, Bruder. Das ist ein guter Spieler. Hanni! Hanni, komm, ich kann dich nicht in Party einladen. Du bist auf Offline angezeigt. Hanni! Nein, nein, Party, Party, Party. Ah, nein, komm in Party rein. Oh. Ja. Ja, 266. Ey, Hanni, Bruder, komm Party. Du bist hier gerade nicht angezeigt, Bro. Er spielt nur mit Maus und Tastatur. Er spielt nur mit Maus und Tastatur, Jungs. Auf, auf Dings. Ah. Stimmt doch, der spielt auf PC, Bruder. Ich hab vergessen. Geht, Spielchat. Tut mir leid, tut mir leid, Jungs. Bis gleich. Bis nachher. Bis nachher, Bruder. Ey, Bruder, ich hab das voll vergessen. Immer wieder, ne? Du weißt, ich schick deine Mutter, du Hurensohn. Ich schick das. Ey, ich hab das wieder vergessen. Baba, warum verkackst du die ganze Zeit? Jungs, ich hab keine Waffe, Mann. Halt deine Fresse. Dankeschön. Oh, ohne Waffe, warum? Warum tut ihr hier, Alter? Wie lange, ey? Wie lange, ey? Ich steck dir die Rohren danach schon rein. Wenn wir jetzt verkacken, die nächste Runde werden. Ich steck dir die Strom. Halt deine Fresse, Banane, da vor mir. Hör auf, wie wir denn zu machen, sind da da. Oh, du lässt mich nur. Dankeschön, Bruder. Auf Feier, Mann. Ey, TachkosTV, TachkosTV, helf mir, TachkosTV. Todes, warum kommst du? Ey, Baba, geh mal bitte. Ja, Digger, ich bin da. Digger, was ist das für ein Wichser, Digger? Junge, Alter, ich sag doch, das sind unsere letzte Runde über den Interessiert sich so, ne? Guck, wir haben alle rasiert. Ha, rasiert, Alter, Bruder. Wo wir uns, können wir uns machen, komm. Oh, was du ne Glanz ist. Guck dich auch, wo du ne Glanz ist. Guck dich auch, wo du ne Glanz ist. Die sind alle verkackt. Warum entt ihr, Alter? Guck dich auch, wo du ne Glanz ist, ey. Weil ich dich zum Party eigentlich einladen wollte, hier. Honey. Gibt es eine, ey? Äh, so ne Ehre, Mann, der hat sich damals noch auf dich sogar. Bruder, da ist ja absolut Lust. Ich schiebe diese Rohr. Tony, geh doch in diese Rohr rein. Und dann gehst du damit abtötet. So, und dann gehst du mein Tief rein. Spaß, guck dich mal ein. Oh, boah. Nein, du schaffst du einfach. Äh. Ich wusste, dass es Tiefius Vater wurde. Scheiß, ich schaff das nicht mehr. Höre Karten zu holen. Okay, das schaffst du nicht mehr. Schaff ich nicht mehr, Jungs. Oh, du wirst du auch, wär lecker oder so teleportieren. Danny, wenn du 20, 20, 20, wenn du 10er-Bomb macht, 20 Euro. Geht's engert auf meinen Nacken. Bruder, sag nicht so, ich wüsste, ich hab das safe. Das war's gesagt, Junge. Ich hab dir eh nichts. Ich hab dir eh nichts. Tony? Ja, Spaß. Ähm. Das ist jetzt unsere letzte Runde. Nein, nein. Wir spielen da noch eine. Du möchtest die ganze Zeit spielen? Jungs, lass dich safe haben, du hättest. Der Raum safe, Digga. Tid, ist so safe. Oh mein Gott. Alter. Ich will bitte von... Ich würde jetzt von... Ich würde jetzt von... Ich würde jetzt von... 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 Von Komm, schieß mich ab. Oh mein Gott. Einen Schuss, Tony! Einen Schuss! Deine Schuhe, will ich mich hochbauen. Die kann nicht so laun, eh? leute wir machen noch eine runde wir machen jetzt noch eine runde das und wenn wir wieder verkacken spielen wir auf jeden fall moving zone wenn die bock hat das ist so geil das spiel ist vielleicht eine hausse ist jetzt schon wo wir sollen nein wir machen jetzt nur eine runde wir versuchen für dings todtode ein sieg tun das für den auf jeden fall ein sieg und kommt für den alter wenigstens kommen ich muss die zwei exe nehmen warte ich muss zwei sachen nehmen ja ich nehme die frau von ich habe noch mehr auf ehre wurde auf ehre Todes seit welcher season spielst du aber bist kein aktiver spieler geht also ich durfte eine zeit lang kein fort und spiel von meinem papa aus ich hab's eigentlich trotzdem gemacht aber na ich hab auch kein plästigen plus sonst war ich eigentlich immer ein gta spieler aber ne jetzt ist vorken ok verkennt ihr das wenn ihr so gekippt wer sagt ja dieses dreckspiel spielst du wieder und man spielt es trotzdem vorhanden vorhanden ich bin ich wieder einleitung mann brechen schützen das baum und sie zwei exe nehmen damit stunden sein kopp abhacken kann war beworben ein dass du einstellen auch in der nummer ein dings sein und nach da ja ich habe mich vergessen nützschuld das ist aber in kreativ modus das haben wir alle von mir habe ich nicht von dir oder das habe ich das hast du von mir oder post von mir du hast von jemand anderes aus der kraft und dieser jemand hat das von mir nein von mir hast du das was ist mir von so ein ist chaos dv ich darf mich nicht bitteschön herrigen ja bruder ich habe keine wahl vor dem spiel zu früh gelandet ach bruder hat er gehabt aber es ist doch zu schwer bist du schwer jungs gibt es das kommt jetzt werden ich mir reicht und ich war wie letztes mal weiß man muss alleine noch war und bisschen die gut aber gibt gas auf jeden fall jetzt alle ich gebe dir extra keinen dank wieso hast du das gesagt ich gebe dir extra keinen gas nice jungs mach weiter mach weiter mach weiter tut mir das auch schon jetzt den sieg auf ansage ich gebe dir gar nix aus erstmal spiel richtig alter heute immer wieder Spaß nein scheiße ich bin ausgetappt nein ich bin ausgetappt nein ey Junge ich lauf hier mit einer scheiß mini-empero ach Junge ja egal egal wie könnte ich reviven chill ja alles gut alles easy peasy alter hat einfach 4 kill easy ihm fehlt bloß mal 1 kill dann hat er mein kill rekord geknackt also mein zumindest das ist ein kill rekord voll heftig digga ja nicht jungs wir kommen wir kommen auf jeden fall zurück ja aber ach Bruder für mich jetzt was darf hier hier gleich was darf aber gut ich bin ja geber ja du kannst du kannst oder 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 ich hatte voll die spawn trap da voll ich habe mir nicht für dich alter ich habe für jeden von euch ein mini ich habe mir nicht alles gut ich kann dir einen mini geben ich kann dir einen mini geben ja trink du zwei gib Hanny ein ich gebe Hanny auch ein und dann gebe ich einen anderen auch noch zwei da sind beide von das ist das ist sehr lecker das ist sehr lecker das ist Hanny Hanny Honig Honig komm her da ey äh todos komm her ja hier zwei Minis für dich einmal und für Hannes ein Hannes für dich Hannes oder Ehrebruch ja okay kannst mich an uns nennen ich heiß mal Olli aber kann ich mich an uns nennen Olli ja ich gucke eben ne nimmst du mich an nimmst du nimmst du nimmst nimmst du nimmst nimmst du nimmst ne nimmst du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst noch ein bisschen verlobte jetzt haben die pannung all jüngsten hier für dich toni soll mich an eigenes morgen so weit ist groß sind die heftiges machen für alle kann er gut mit schweb spielen ist richtig gut hat ohne toni kann du mit jobs gehen und ich bin doch gut mit schweb spielt Ich bin nie mit Trap Ich spiel nie mit Trap Ich guck mir gleich das Video an Ich hab voll Holz, geil Ich hab 100 Stein, 100 Metall voll Holz Wollen wir mit? Ich hab ein bisschen Metall ab Wart mal Jungs, wir sind gerade in der Zone Rifted nicht einfach Ja, ich bin Was ist das? Hier fallen Dings runter Kokosnüsse Wie heißen die? Der Sonntag Danke Hier fallen Kokosnüsse runter Ja Ja Krust du mal auf, der feste hat Spaß Eigentlich bin ich eigentlich sogar Da bin ich oben auf dieses Schiff Was da fliegt Ich hab noch nicht gebuckt, ich gucke durch Hast du was gegen die Kinder oder was? Ich hab schon jetzt, ähm, Stein verbraucht Aber... Soll ich mir jetzt wieder rein Kann man einfach mal ein bisschen mitzgehen? Ehre das, was haben wir raus Jungs, die da oben braucht es, ne? Nein, wir sind doch genug, ne? Ich hab' da was benutzt Ich hab' da was benutzt Ich komm' bei dir hin Wenn's okay erstmal Ich baue das ganze Gebäude hier ab Ich bin da oben nicht bauen, das bringt dir nix Hier ist noch ein Slap Ja, ich komm und trinkt dort Was machst du? Äh, das ist nicht ernst Ah, ja Warte, ich will die Waffen runterwerfen 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 Oh, ich hab' nen Lama gefunden Wo? Privatsphäre Ah, das ist doch kein Lama, blöö Ah, das ist doch kein Lama, blö Das ist jetzt dieses eine Teil, was guckt Wie viel KMH du fräst, kennst du was? Ey Jungs, schlopfen alle hier hoch Nein Ach, du geh' da hin Das hab' ich voll gefreut, ich dachte echt ist ja Lama Ich habe eine, ähm, Art, irgendwann Bei mir ist'n Ich komm, ich bin bei dir Leute schweiz Leute schweiz 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn! Oh mein Gott, ich bin tot! Wo ist er denn? Der ist fast tot! Er hat also einen Funkenvoll-Sicherheit-Shop bekommen Über uns ist noch einer Ja, ich weiß Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, nein! Bleib liegen, ich heil dich Gönn dir das Medicate, hast du okay? Ja Jungs, kannst du mir helfen, guck mal mein Leben an! Ja, Bruder! Ich hab noch ein Med gehabt und zwei Minis Ich brauch Pumpkappen! Ich brauch Pumpkappen! Ja, ich hab selber nichts Ich kann dir ein bisschen geben, komm herz doch! Komm zu mir! Ich hab's nicht so gejobbt Lebt hier noch einer? Einer gemobbt da hinten! Sauber Und einer ist hier oben noch Aua! Aua! Ich werde angegriffen! Ich werde angegriffen, Bruder! Aua! Hey, der wird angegriffen! Wir müssen auf den aufpassen! Lebt der noch da oben oder was? Ja! Ja! Ich hab ihn fast ganz runter gebaut! Er kommt pushen! Und wo? Der fällt runter jetzt! Nein, nein, nein! Aua! Ich hab einfach mal Medicate Oh mein Gott, was war diese Explosion? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ey! Scheiß drauf! Ey! Warum haben sie auch schon sich gebaut, Bruder? Egal! Diese Move-Zone! Ja! Warte, Trudis! Warte, Trudis! Warte, Trudis! Warte, Trudis! Ja, okay! Er ist tot! Ach, Bruder, Digga! Mann, Digga! Ich hatte zwölf Geld! Richtig scheiße! Hab ich so meine Güte aus! Ich hab zwei! Ja! Die andere macht ja keinen Schaden! Ich würde diese neue Pumpkin gemacht! Macht so scheiß Damage, ne? So wenig! Ey, Jungs! Donnie! Ich brauch meine eigene Moving Zone bald, ne? Lass, ich grad ziehe immer das! Na gut! Ey, wir müssen einen neuen Movie Zone suchen! Ah ne, geile! Ey, warte, ich — wir euch mal nach ne neuen Movie Zone gucken! Oh, ne? Ja, ne? Ja, ne? Mo-Wi-ing! Ich guck da nach Nướcion! So, ne? der frage wenn wir das jetzt hier gespielt haben da in dem movie da können wir dann gucken dann mache ich die an die wir immer spielen ja ja oder holen hast du eine ja dann was ja ja jetzt bei mir lecks richtig heftig keiner kann mich sehen ich habe die falsche ausversingen warum du musst wieder rauskommen ach so ne tode du musst rauskommen warte lasse ich meine arm machen hier und ich habe einfach meine angemacht geht nie ja ja du stirbst du schiebst auch durch die zue immer kann schauen wir zocken ja warte 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 ich lade euch jetzt gleich sofort allein die mit rechts kann schauen wir zocken ja warte warte ich lade euch jetzt gleich sofort allein die mit rechts auch was passiert wenn man hier zurück reinläuft ist man direkt schockt oder was dann bekommst du 50 damage oh mein gott alter wer hat denn diesen diesen die zähne warte ich boah digga hier kann ich ja direkt einpacken ich kann gar nicht leute warte kommt dritt ich kann mir nicht beitreten ich muss so machen kevi ding spring mit spielen eddie eddie ich hab euch eingeladen ok wir starten dann gleich neu starten und mal neu macht macht mal kein start drücken nicht start drücken ja ja ich hab ich schon gewöhnt damit die beitreten können tretet bei leute das ist blöd hallo das ist blöd ja weil ich gewonnen habe alle alle nein nicht deswegen aber ich allgemein viel zu schlecht bin doch mal alle rein mhm welchen das ist texte nein oder kevill kevill setzen das ist kevill hallo da bist du ja ja nicht alles kommen wir machen ein wettrennen kommt alle herr alle auf die ich muss beobachten ich bin doch gar nicht mal Das kann ich eigentlich immer direkt aufgeben Nein, bruh, mach doch kein Auge Mach doch kein Auge, honey Oh mein Gott, dicker Oh fuck Oh mein Gott, ich fall 100 Meter runter, oder? Ach du Scheiße Oh, dicker, fuck, muss mir ne Nase kommen Oh, dicker, mach doch Oh fuck, Toni Fuck Naja, Toni Oh, dicker, stimmt, mach doch nicht Äh, und n Ich sammle die Metze, nehmt Ich geh Tua hat nur 125 HP Ja, Mann, ich kann nicht bauen Ey, man kann nicht bauen Ey, man kann nicht bauen Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen, bro, nice Was ist mit dir? Hast du das mit Vorteil zu lassen, oder? Ich hab Vertrag mit Vorteil zu lassen, oder? Du bist ja zweite Ninja, Alter Ich hab Vertrag Nö, Ninja bekommt alles von Red Bullen aus Nein Oh mein Gott, Diga, Toni Nein Nein, wer Hörer Hörer Herr, die hat es mir gelogen, also ich hab sie echt gemütet mit eine ARB Ja, es ist ja schon, oder? FWF 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 Ey, du hast gute A-A mit ARB 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 Guck mal, ich hab das ein mit ARB 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 Und vielleicht eine Punk-Gun. Oh, der schockt sich gebaut. Ich darf nicht mehr mit. Moving Zone ist geil, Alter. Gamer Jakob, was geht ab? Gamer Jakob, falls du Bock hast, lass Abo gegen Abo machen auf Ehre, Bruder. So will ich leben, da ist schon keine Heilung. Ich hab's verkacken, weil ich kein Leben habe. Guck mal, kein Leben, das ist echt ekelhaft. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Aber das liebe ich, mit normalen Pum zu spielen. Mustafa, Büyükertas, was geht ab, Bruder? Wenn du Bock hast auf Abo gegen Abo, lass dich auf Ehrein. Büyükertas. Nee, egal. Jetzt Toni, jetzt was ich auch sehen muss. Tode, warum bist du runtergefallen? Tode, warum bist du runtergefallen? Tode, warum bist du runtergefallen? Ich hab mich einfach umgebracht, weil ich hier weg der Fläche bin. Ich schau lieber dazu. Ich schau lieber dazu. Jolo, wieder raus. Oh nein, entweder, ich krieg die Worte nicht. Wir hatten, wir hatten mal einen geschmeckt. Ja gut, Digga. Ich hab zwei Wochen, äh, ich weiß nicht. No, du verpasst sie, Dankeschön. Zwei Mal. Multiplating. Ich mach direkt da auf. So, tu nicht. Halt, da war heute nicht. Halt nur. Jetzt sitzt er so an seiner Ecke halt. Oh, ich hab mal das Glück. Glück, Glück, Glück. Ja, du brauchst mich. Ey... hey, du brauchst mich! Es ist klei, du musst mal devi ... Ey, das brauchst du... bunu nicht wоров Gaz guna, Pick it for. Ja Margot, dann trei dabei. Ich bleib mal dir auf mich manchmal. Ja, kann alles nicht bewegen. Dann kannst du mich行ken, Brugaz, wie gesagt. Warte Leute, ich hab schon gestartet, egal wir machen die Runde fertig, ich schlade Marco aber jetzt schon mal Marco, du bist gerade in Schlauern Warum hast du Marco dann wieder hinzugefügt? Wenn Marco rausgegangen ist, weil jemand sich an die Regeln nicht gehalten hat Wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das Nein, Kevin, ich hab den Ballplan auf den Hand gehabt Egal, nice GG Ich muss dich gleich einladen, Kevin, keiner startet gleich, ja keiner Erstmal lade ich Kevin ein Ach, ähm, Marco Ah, ja Wir lachen die ganze Nacht durch den Mund Wer nimmt den Ballplan Hä, what the fuck, Junge, was bockst du denn mit euch? Hä, jeder bockst du dich mal in der Waffe, das hat wirklich gesagt Hä? So nice, hey, ich starte gerade Bei mir war, ich hab so einen Schuss und gehört bei mir war es auch immer schwarz Hey, keiner startet, keiner startet Ey, ich starte nicht Ich auch nicht, ich lebe meine Kontrolle hin Ich starte Ich starte echt verlinkt, wo nicht Ich starte echt verlinkt, wo nicht Ich starte echt verlinkt, wo nicht Ich starte Ups, da bin ich ausgerutscht, was ist Nicht nachladen, wenn ich Waffen habe Nicht nachladen, wenn ich Waffen habe Marco, du bist immer noch nicht bei mir online, Bruder Marco, du bist immer noch nicht bei mir online, Bruder Komm her, komm her Ich bin da Ah, du bist da Ja, werd gestartet Werd gestartet Ich weiß nicht, wer gestartet hat Wer hat nachgeladen Wer hat nachgeladen Ich hab nicht nachgeladen Marco, falls du jetzt nicht drin bist, Bruder, dann Oh mein Gott Tony Es ist ein Mann Näh, näh Es kommt nicht, Tony Ja, Bruder Irgendjemand hat gestartet Wer auch immer gestartet hat Keine Ahnung, wer das war Das ist scheiße, aber One last one Ops, we go Ah, du kannst mich nicht Ah, du kannst mich nicht Ah, ein Mini Ey, ich kann den Blau klar Nicht rausholen, ich war das Fuckt auf, Alter Du kannst mich nicht glauben mit meinen Ah, mit meinen Dings Ey Er schwitzt auch rein No, ich bin tot Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Yo Oh, der ist ein Spielcheck Warte, ich hab ihn dann ganz gut Ist Marco jetzt online Hä, warst du voll? Hä, warst du voll? War, wo du warst? War, wo bist du? Hä? Aber, Digga Ist das bei euch auch so? Er kommt Ich hab die meisten Arschlöse Keiner startet Keiner startet Der hat auch Kontakt mit anderen Fahrten halt Niemand hat 4X Sonst fick ich den Ich Ich kill ihn und er gewinnt Was ist das? Es ist bei euch auch so, dass wir manchmal mit dem Bauplan nicht rausbauen können Ja Ich hab die bei mir so Ich hab den Schuss nicht gehört Und auf einmal war bei mir schwarz, Alter Ja, hat egal Back voll rum Weißback, alter Junge Was ist Back da rum? Ja, viel Back noch auf euch dann Lass mal alle Thunia einsperren Hopper nicht Alles ist ohne und wir rein Ja, hier alle, wo die Thunia Alle bei Thunia Alle bei Thunia, alle bei Thunia zwei Limits Okay Er hat nicht aufeinander die Leute Das ist auch ein Blast Mach mal Blast Mach mal Blast Mach mal Blast Komm rein Ich will mich um, ne? Nicht starten, Junge Geh weg, Alter Mach mit der Kung Fu, komm mal hier Bam, Bam, Alter Was willst du? Was willst du? Also hier guck, Alter Hier, Bam Mach mit der Kung Fu Ja Stress machen musst du die ganze Zeit Ja Alle machen Lärm Und Stress machen Keine Nachfrage gehen, oder? Komm, 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 komm Komm, komm Komm und ich raus Oh mein Gott, Thun ist ein Mädchen geworden Ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier raus Mach mir Platz Mach hier sofort Platz Ich bin hier in den Haust Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, ich kann irgendwie mal zu Ich bin hier alle schwerst hallo können wir starten marco hallo nein warte ich bin gerade drinnen ich bin jetzt verschwinden ich will dann machen die machen aber was ich mache ich habe noch nicht startet ich gehe kurz raus und gucke wer hat gestartet wer war das einmal nach oben armen rauf Ich kann jetzt irgendwo Trämpfe eigentlich Wer hat grad wachgelassen oder so, wer hat die ganze geschossen von euch? Ich bin wirklich Hallo Ich konnte einen Manky geschossen mit springen und einen Manky mit springen Ich hab das erste Mal in der Leckstraße Ich hab das erste Mal in der Leckstraße Hä, warum leckt das? Wieso das hier? Oh, es hier drin steht Und steht, äh Da ist es mit einem Fall Keiner startet Sind wir jetzt alle drin? Komm raus, komm raus Komm raus, komm raus Nein Komm, wir gehen doch alle zurück zum Zentrum Alle zurück zum Zentrum Da muss man auch so ein Eis werden Lass mal Chaos Nein, kein Bock Alle zurück zum Zentrum So, nochmal Da oben Rechts Ja Ganz oben rechts, Leute Ganz oben rechts, Leute Ja, man hat immer so ein lucky item Noch nicht starten Noch nicht starten Erst gucken, ob alle drin sind Erst starten Wer hat gestartet? Sind alle drinnen? Ich hab nicht gestartet 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 Ich schwör alles Ebenfalls Ich müsste da jetzt eigentlich nicht bocken Also bei mir ist jetzt gar gesporen Bitte halt auch Ich hab recht einen NoScar 150 Art gegeben Ja, wie geht das denn? Ich, äh Ich bin klar jetzt Das heißt, ich geh wieder scheiße Ey, wer schießt runter? Ich hab selber runtergefasst Ich hab selber runtergefasst Ich hab selber runtergefasst Ich hab selber runtergefasst Ich hab zu artig Oha, so gemein mit mit Panzerfrau Ey, die facken so ab, ne? Digga, so viel auf einen Das ist echt ehrenlos Sollte, das ist ehrenlos Jo, Jo, Jo Ich hab' da 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 Schade Ich hab' da Ich hab' da morgen früh da Ich muss gucken, Bruder Das braucht immer noch ein bisschen Aber nur ein bisschen Wenn nicht, dann lad' ich mich einfach parken Wenn du noch ein paar Kodine Dann mach' die nicht Entschuldigung Oh, wow Oh mein Gott Ich hab' da scheiße Der ist hinter dir Kevin Geh raus Ich bin nicht Ich mein Ich bin so oder so tot Ich bin so oder so tot Das ist das Ding Ich bin denn Mir wird ein bisschen Kinn abgedreht Ich gib' ein Zweites Die doch in der Revolute Schuss Feierabendung Nein, du Nein, du Nein, du Nein, du Nein, du Digga, ich kann nicht mit dem Klo spielen Schuss Mhh, Katzen Ich hab' das so gemacht Besuch gemacht Das ist retterbar Oh Gott Ey, keine Stahlfrau Damit, äh Ich hör' wer startet den Tätigen Der wird bis zum Marsch Und bis zumal Bislang übernimmt Ist ein Schrittiger Jemand macht mehr Bock für mich Der ist größer Keine Keine seid ihr alle drinnen ja ja wir können starten was geht da ich will kein busch haben was soll ich hier mit dem busch nein er hat sich Wer hat sich da Minis gegönnt? Ich hab ihn so low geschießen. Wer hat sich da Minis gegönnt? Äh, niemand. Okay, Kevin, du bist tot. Ja, moin, durch die Zone sterben wir auch nicht. Ja! Äh, wird man nicht durch? Nein. Ich hab eigentlich immer damit. Ich bin nicht! Stirb! Aua, man stirbt ja nicht, also. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen, deswegen alter. Da gibt's so ne Damage. Wie gibt's so ne Damage? Was? Was? Hey, what the fuck? Aus. Ach, er schafft es, ich glaub an ihn. Man bekommt kein Pjade. Ja, er werde ich nicht. Ich bin dritter, ich bin glücklich. Ich mach kurz Klau aus. Ich mach kurz Klau aus. Ich hab's nie das machen, Leute. Wie ich jetzt auch nochmal spielen. Was? Oh, wie dumm ist das denn? Also, mich hat sie immer instant gekillt, ich glaube. Ich will kein Nett. R, P.G. Ich will kein Nett. Der hat keine Nett. Schade. GG. Tschüss. Aber R, P,G. Alter. Man muss da so lock haben, wenn man Heavy Snap hat. ich will heavy pump haben bruder sind jetzt alle dünne hey, heavy pump kommt in den normalen modus rein, ne? was, wer? heavy pump gun kommt in battle royale rein heavy pump gun? heavy pump gun endlich wieder, ne? heavy pump gun, heavy also, ich schwör ja, ich schwör, ich schwör ich kann nicht bauen was denn? ich will die sohn jetzt? ich glaub nicht dieser hund, der hat so einen heavy sniper, digga ich sag so irren, digga das bockt man nicht, das bockt man ich kann nicht bauen 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 ich bin so scheiße warte, meine ach, so ein heavy gas nein, oh mein Gott ja, ich hab das mochen drin ich mach das jetzt lieber aus ich mach das jetzt lieber aus egal, ich kann nicht bauen ich bin nicht mal dritter, wie ich soll das schau ich hab das je ich hab die die gute hitse gegeben und ich hab die Bock auf kassen gehen ich hab voll Bock ich hab auch nicht ne auch nicht warum sagst du das ich muss mich wieder einspielen man kann nicht mehr editieren wer hat mich runter geschossen wer hat mich runter geschossen Leute kommt ihr editieren? ich kann nicht mehr editen wartet mal kurz fuck ey Jungs ihr kennt doch die Regel wo nur runter geschossen wow 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 als ob wir uns alle mit dem kackdöner ich schieß ihn runter ich schieß ihn runter ich schieß ihn runter bruder dann spielt sie nicht mehr mit mit runter schießen machen wir nicht das wisst ihr selber ihr kennt die Regeln danke dass es jetzt was ich habe nur einmal so mit die gemacht dann auch gar nicht mehr erstmal oder versuch und schießt das war so ein Fehler und nicht so low der so low der hat ein Hackel Moving Ones Alter geil die Sonne bewegt sich aber macht keinen Staden aber wir sind trotzdem niemals gespielt aber ohne Runderschießen jetzt geht die extra ganz hoch Egal theoretisch kann man sich einfach von Anfangsbatch ist komplett hoch und von Runderschießen voll high ground Feinung jetzt Ah ich glaube ich bin auf der Fall der Mitte ja Ja ich war ne Match dazu oder CC Siehst du Leute so ungefähr war es doch nicht oder Eigentlich schon Mehr Bock als Normalbett Noputoni Noputoni Ich kann nicht bauen und nicht editieren richtig Noputoni 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 Nein bitte du weißt doch Was ist das? Ich kann nicht playsen Leute Hä was ist das denn was? Das geht nicht so schwer Ehhhhhhhhh Komm schon Dich Ohne Runderschießen Ohne Runderschießen Digger Ohne Runderschießen Digger Ohne Runderschießen ihren loser ich habe mir größte bock aber du sagst ohne runterschießen ja ohne runterschießen ich bin der ganz oben siehst du mich vielleicht du sagst ohne runterschießen du weißt du darfst ja ohne runterschießen ja darüber darfst mich ja dann auch nicht und wer so eine riesenfläche ich habe nur ein guter ich bin alle mal bitte kunderspräch nicht wer ich kann nicht ich kann nicht